Wir sind bei Students on Snow im schönen Fitztal mit drei Unternehmen A20 Studierenden und verbringen ein schönes Wochenende mit Winteraktivitäten und Networking im Schnee. Das Besondere an Students on Snow ist für mich, dass man das Kontakte knüpfen mit Firmen mit richtig coolen Freizeitaktivitäten verbindet. Dass hier Wert gelegt wird auf die Person, wie man wirklich ist und man sich nicht verstellen muss. Ich finde es hier total entspannt, die Leute kennenzulernen. Man hat viel mehr Zeit und es ist nicht so steif wie bei anderen Karrieremessen. Das Event ist für jeden geeignet, der Unternehmen auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen möchte. Ich fahre mit einem positiven Gefühl nach Hause und natürlich mit einem ordentlichen Muskelkater vom Eisklettern gestern. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017